assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh liebe schwister wie ihr seht sind wir hier in der welt ist wir sind jetzt schon die ganzen tage am rumfahren seit heute morgen um 6 uhr gleich geht die sonne runter ich würde sagen ich bin platt wie eine flunder ich kann euch nur eins sagen man wird hier wird man seekrank beim autofahren weil es die ganze zeit so hoch und runter geht safari macht in dem sinne es ist keine safari im wahrsten des wortes aber durch den buch fährt das echt müsst ihr euch darauf vorbereiten gut was zu trinken mitnehmen und darauf einstellen dass der auch wenn man runter geht assalamu alaikum